Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Startup 2 2 vs. 2 auf der Buchenanlage mit den Muti Bär und mir euren Robb hier in Doppelterrane. Ja eben. Gerade eben noch geil und jetzt äh. Doppelterrane. Das ist die letzte Folge in Doppelzerk. Wir müssen auch was Doppelspielen, es hilft nichts. Nee, der Kombi ist besser als Doppelspielen. Nee, der Rana-Kombi ist am besten. Doppelterrane. Komm, wir waren, ja. Ich finde der Rana immer noch besser. Wir brauchen mehr Mineralien, wir brauchen mehr Oberloz. Der Rana ist einfach über. Eigentlich ist alles über gegen was man gewinnt, ist über. Alles über. Ja. Ja. Was machen die jetzt? Doppelterrane. Also brauche ich ja keine Angst haben vor Linken. Nur vor... Nee. Das ist keine Angst vor Linken. Marine all in. Morauder all in. 1000 Tanks. Wir brauchen mehr Mineralien. Deshalb müssen wir scouten, was ich machen. Ich will auch immer eine 20-jährige Exe nehmen. Also ich würde diesmal mit der Exe spielen. Was? Nee, ich muss das echt vorher machen. Komm, BBF. Entweder scoutet er. Oder wird gleich hier... Ne, keine Proxy. Glas? Ein Glas hat auf jeden Fall der eine. Ach, das hab ich nie zu bauen, ey. Ah! Ich drohe einfach erstmal nur hoch. Hast du dafür nicht vergessen, Pylonen zu bauen? Das stimmt ja, das sollte man tun. Um den Supply Block entgegen zu wirken. Ich wüsste schon gar nicht mehr, wann ich meinen Chronobus einsetzen muss. Jetzt noch mal meine Bomben. Ach, kommst du dann zur Chronobus noch mal in Sonnen. Der eine ist Terranos übrigens dicht. Ja, ist eigentlich sinnvoll für Terranos. Was ist jetzt Spiele? So, komm. Ich erforsche als nächstes Oberloot-Speed, ich geh da nochmal rein scouten. Ja. Ist sinnvoll. So, dann wüssten wir nochmal. Erst muss die Queen da sein, dann wird... So, Queen ist da, Oberloot-Speed wird angedrückt. Das ist ein Reaper. Das ist ein Reaper. Boah, der hat schon viel zu viel Schaden gemacht. Das ist der nächste Reaper. Wir brauchen... Wir brauchen... Wir brauchen... Wir brauchen... Ja, das ist halt echt nervig mit Double Reaper. ... 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 Peychse steht schon, ist saturiert... Also teilweise. was der andere macht 5 6 marines und exe auch schon ein teil saturiert also einkommentechnische form ich hasse diese bitte mein jetzt weiß warum das spiel aufgehört habe weil ich einfach wie du meinst hat die bösen wie du meinst es können drops kommen raumhafen steht na ja ich war ja schon was gegen drops so wisschen klicken im schnitt in schnitt das ist nicht schlecht und wenn er tritt doch langsam ja mein weg da oben ist was gewesen kreuzer kreuzer sind auch scheiße komm mal blümme ist einfach dass sie sie wegwaufen können wenn man es einfach wurde repariert hat er verloren oh ich lass meine arbeit unten alle alle kreuzer ich habe heute das gute gegen muss man langsam umgur machen vielleicht dann sprach erst vom Herr Overlord aber wieso konnte sich der da hinworben? musst du das nicht sehen? haben die sich gescannt oder was? mhm wahrscheinlich das ist doch sowieso im wahr du kannst das kennen und bist dort ja das finde ich absolut übertrieben ihr merkt schon wir meckern heute nur aber so muss es sein ja gemeckert muss immer werden da haben wir noch keine dritte der eine da kommt was ja das war doch ich rein renne ja das war doch ich rein renne komme hat natürlich noch nicht viel ein koloss was aber wird auf 5000 wie du meinst unsere verbündeten befinden sich im kampf mineralien fällt erschöpft nicht genügend energie naja die wollen auf jeden fall die spielen die spielen oder was ist da rum ne kommt hier wieder mal eins abgeräumt ja ok naja ich hab ja obersteer wir brauchen mehr mineralien jetzt muss ich hier vorne meine queens helfen dass sie meine gebäude heilen nicht genügend energie nicht genügend energie ich hab's vergessen die tiert wenn ich nebenbei bauen ein koloss brauche ich noch ach du brauchst da hin dann geh ich oben hin die haben im übrigen die gold die haben die nicht haben die überhaupt was also ich bin gleich voll da wo wohl oder was wurde gerade gescannt kommen sie gleich bei dir neben mir kommen wir kommen wir kommen mit panzer und alles noch nicht aufgebaut die panzer drauf dann einmal drüber bg wir haben gewonnen oh die haben aber schon viel echo ne bg hab sie jetzt schon rausgehen hätten müssen die hätten bestimmt noch nachgedrücken können ordentlich ja ich hätte noch eine volle armee also es war noch nicht ganz 200 aber guck mal guck dir doch mal den Wert der armee an den Gegner das war nichts mehr der blau hatte nichts mehr der linie ist schon wohl raus na gut er hat auch nichts mehr groß die a1 schaffen wir locker noch obwohl wir lange nicht mehr gezockt haben ja da muss ich sagen sehen wir uns bei der nächsten folge bis dahin abonnieren tschüss 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 k k k Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018